Ich bin Elias und ich gehe heute für meine Mama einkaufen. Ich habe für dich eine schöne Holzhaarbürste gekauft. Oh, das ist ja schön. Extra für langes Haar. Das passt ja. Und guck mal, wie Mamas Haarfarbe. Das hast du gut ausgesucht. Und was hast du noch? Ich habe eine Haarspange und die leuchtet auch so schön. Das stimmt, ja. Da kann man sie gleich ausprobieren, oder? Kann sie machen. Guck mal, das sind zwei Stück. Eine für dich, eine für mich, oder? Ich habe Zahnbürste gekauft. Und dann habe ich noch eine Zahncreme gekauft zum Zähneputzen. Genau, zu der Zahnbürste braucht man auch die Creme dazu. Zahncreme. Super. Da können wir jetzt schön Zähneputzen, na? Da haben wir Muckis. Zähne Muckis haben. Das brauchen wir alles frühmorgens, na? Wenn wir uns hübsch machen. Und was glauben wir noch in der Kiste? Und das letzte ist eine Isolierkanne. Wow. Das ist ja genau das, was wir brauchen für unseren Tee. Mhm. Da tut man Tee rein mit Wasser und dann kommt das hier raus zum Trinken. Ja, genau das brauche ich morgens. Also, das hast du gut gemacht. Muck.